Ich brauch noch mehr Veteranen. Okay, die meisten haben wir zum Glück schon zurückgeschlagen. Was wollt ihr? Ja! Jawohl! Vorsicht! Zurück mit euch! Feindlicher Angriff! Okay, währenddessen schön die Arbeiter nachproduzieren, die wir hier versuchen zu verlieren. Ja! Und noch einen Brandler hier, das sollte dann erstmal reichen. Ein Gegenangriff! Zu den Waffen! Jawohl! Okay, wir können gleich unsere gesamte Eisenproduktion neu aufbauen. Ja. Tod den Feinden! Oh, da kommt noch einer angerannt. In Deckung! Wohin? Gut! Gut, gut. Das war seine neue Schmelze. Schon dabei! Unsere Stock wird angegriffen! Sie sind in der Stadt! Verteidigt euch! Wo sonst? Wo hab ich noch Leute verloren? Schnitterzeit ist voll. Das da ist voll. Was jetzt? Wo sonst? Die müssen mir hier neun Holzfäller errichten, weil sie haben hier nichts mehr an Ressourcen. Der Holzfäller hat nichts abgekriegt, Kölnstütze auch nicht. Ach du meine Güte, jetzt kommt da wieder ein Riesenangriff, ey. Zu dir auch! Achtung! Klanbrüder zu mir! Immer nur Arbeit! Achtung! Nicht zurückweichen! Zurück mit euch! Zeit zu sterben! Zurück mit euch! Okay, Schweinchenkötchen! Klanbrüder zu mir! Ah ja, ernsthaft? Ich weiß auch grad nicht warum ich... Hintergrund! Zwei Überhabe... Verbesserung ist fertig gesteckt! Keine Last! Irgendwo fehlen mir doch welche... Für Brander brauche ich ein Blutheiligtum übrigens, das sollte ich jetzt auch gleich errichten. Äh, ne... Schon dabei! Ach er je... Unsere Stadt wird angegriffen! Sie sind in der Stadt! Ich hätte wahrscheinlich zuerst die beiden Kerle ausschalten sollen, dann hätten sie sich mehr gegenseitig bekriegt. Als mir hier jetzt auf die Nerven zu gehen. Okay, solange sie nur da rumstehen, sind sie mir grade egal. Das Gebäude ist einsatzbereit! Verbesserung ist fertiggestellt! Die da scheinen sich zum Glück grad gar nicht zu scheren. Krieg! Nächster Angriff von hier. Wir sind hier ohne Schutz! Das ist ein verfluchter Überfall! Das ist ein verfluchter Überfall! In Deckung! Was jetzt? Was jetzt? Lasst uns lieber Krieg führen! Ich rieche Blut! Okay, du rennst noch da oben! Und ihr beiden seid keine Hilfe, ganz ehrlich! Ja! Keine Last! So, ein Jäger! Ist was! Keine Last! Gut! Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? So! Sie besetzen ein Monument! Was wär wohl? Wo sind die Gegner? Ein Monument verliert seine Kraft! Okay, ich glaube ich muss wirklich dann jetzt mal dringendst die beiden Angehörungen loswerden! Verbesserung ist fertiggestellt! Was liegt an? Was liegt an, wie befohlen? Was weiß du erst? Ja, ja, rede bitte schneller. Mann, das kann man doch irgendwann nicht mal mehr, nicht mehr, äh, standhalten. Weil wenn ständig die Eisenproduktion gefährdet wird. Unsere Stadt wird angegriffen. Was liegt an? Ich hab's erwischt. Wohin? Hände, was zu jagen? Tote in Feinden. Ich rieche Blut. Entdeckung. Was liegt an? Vorsicht! Tote in Feinden. Auf halbem Weg. Nicht zurückweichen. Nicht zurückweichen. Also ja, wahrscheinlich hätte ich zuerst die beiden aufeinander hetzen sollen. Tote in Feinden. Entdeckung. Wohin? Wohin? Gut. Wohin? Ja, schon gut. Was liegt an? In Deckung. Riechen wir schon auf halbem Weg. Vorwärts, vorwärts. Zu den Waffen. In Deckung. Zurück mit euch. Was zu haben wir vorhin? Warum kommt da schon wieder ein Angriff? Die Mannes Ernst. Verteidigt euch. Clanbrüder zu mir. Das Gebäude ist einsatzbereit. Jetzt kommt da auch noch ein Dervisch angerannt. Zeit zu sterben. Zu den Waffen. Verteidigt euch. Also ja, ich glaube, ich habe den Fehler gemacht. Ich hätte zuerst die beiden vergiftet. Ein Gegenangriff. Achtung. Nicht zurückweichen. Geht schon auf halbem Weg. Für den Clan. Zu den Waffen. Quespo. Quespo. Begebt euch zum Steinfeld und löst dort mit dem Himmel die Falle aus, sobald die feindlichen Anführer auf dem Steinfeld sind. Beide werden Torka und Takam schon zwei Steinfeld aufbringen. Sobald sie dort sind, solltet ihr die Himmel bürzen und die Falle auslösen. Das Gas wird die beiden gefürchteten Räuber kampflos ausschalten. Würde ich ja gerne. Clambrüder zu mir. Ein Gegenangriff. Aber vom Steinfeld kommen auch ein Haufen Gegner und ich habe immer noch den Himmel nicht gefunden. Ja. Für die verdammte Falle. Ein Gegenangriff. Ein Gegenangriff. Ein Gegenangriff. Ein Gegenangriff. Ein Gegenangriff.